Ja, moin moin liebe Leute, hier ist Dietmar von tariftipp.de und dieses Video hier drehe ich mit dem iPhone 15, das es ja schon eine ganze Zeit gibt in Deutschland. Die UVP beträgt immer noch für das Modell mit 128 GB, was ich hier jetzt gerade habe, 959 Euro. Allerdings habe ich das auch schon bei Amazon für 800 Euro gesehen, also da müsst ihr mal ein bisschen schauen. Die Preise ändern sich da auch stetig, aber ja gut, ist kein günstiges Smartphone, das kennen wir ja von Apple, aber ein sehr gutes Smartphone. Ich habe es schon getestet und wenn ihr Interesse habt am kompletten Test zum iPhone 15, schaut mal auf dem Kanal. Dies hier ist jetzt nur ein kleines Beispielvideo, das ich in der maximalen Videoauflösung drehe. Das ist hier beim iPhone 15 tatsächlich auch 4K mit 60 Bilder pro Sekunde. Es gibt natürlich hier einen optischen Bildstabilisator und ja, ich denke mal die Videoqualität und auch die Fotoqualität habe ich schon gesehen. Beim iPhone 15 ist überragend, das kann man nicht anders sagen. Ich finde gerade die Videos hier mit dem iPhone 15 sind ganz toll. Ja, ich habe die internen Mikros genutzt. Bisschen windig, vielleicht hat es ein bisschen geraschelt, aber egal und vielleicht sehen wir uns ja wieder beim Test zum iPhone 15. Macht's gut, bis dann, tschüss!